Jo Freunde, wie geht's euch? Heute haben wir nicht nur ein richtig geiles HIT-Werkert für euch vorbereitet, sondern vor allem ein extrem geiles Gewinnspiel am Ende des Videos. Viel Spaß! Schmeißt euch in eure Trainingssachen und macht gemeinsam mit uns mit. Lasst uns gemeinsam Fett verbrennen. Genau, lasst uns gemeinsam den Hochofen anwerfen und diese unnötigen Kalorien verbrennen. Bei einem HIT-Werkert verbrennt ihr nicht nur während dem Training Kalorien, sondern auch nach dem Training, weil wir eben auch eine Muskulatur, eine schöne Muskulatur aufbauen, weil wir nicht zu stark in den Ausdauerbereich gehen. Und das Beste daran ist dann auch noch, dass die Muskeln dann indirekt Fett verbrennen. Ja, das ist das Geile und jetzt lassen Sie nicht mehr lange labern, sondern direkt losstarten. Viel Spaß Freunde, haut rein! Los geht's! Gut Freunde, wir starten mit einer Aufwärmübung, nämlich aus dem Grund, damit wir Verletzungen vorbeugen. Also die erste Übung nennt sich Butt Kickers. Dazu einfach die Ferse hinten hochheben und gegen den Arsch sozusagen kicken. Das ist alles, das machen wir für 30 Sekunden und danach haben wir schon wieder 15 Sekunden Pause. So geht das jetzt 9 Minuten durch. Ich wünsche euch viel Spaß, haut rein und gebt Gas. Gut, wir starten los und es geht los in 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Und dann könnt ihr gut drauf. Und dann nehmen die Ferse hinten auf und gehen. Und da ist es, was ich wieder in 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Und dann schauen wir uns jetzt auf, wie er ist. Und dann versuchen wir uns schon, auf und dann gehen die Ferse, und dann gehen die Ferse, und dann gehen die Ferse. Und dann sind die Ferse. Und dann sind die Ferse. Gut Freunde, jetzt haben wir 15 Sekunden Pause, macht euch locker und die nächste Übung nennt sich Squats, also Kniebeugen, einfach runter gehen und wieder hoch gehen. Geht ganz runter und wirklich nur aus der Ferse runter und wieder hoch gehen. Los geht's! Gut Freunde, die nächste Übung ist eine Übung für die, für das Sixpack und dann eben für die Schulterpartie genauso. Also einfach Arme ausstrecken und die Knie zum Brustkorb ziehen. Es geht los in, ja jetzt. Gut Freunde, die nächste Übung ist eine Übung für die seitliche Bauchmuskulatur und für den gesamten Humpfbereich. Nennt sich Plank, Plank Left. Also wir gehen links runter und strecken uns durch. Nennt sich Plank Left. Gut und jetzt direkt die andere Seite. Wieder für die andere seitliche Bauchmuskulatur und wir starten. In drei Sekunden geht's schon wieder los. Zwei, eins, haut rein! In drei Sekunden geht's schon wieder los. Zwei, eins, haut rein! In drei Sekunden geht's schon wieder los. Zwei, eins, haut rein! Okay Freunde, die nächste Übung ist eine Übung für die Rückenmuskulatur. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Vor allem, wenn ihr Rückenschmerzen habt. Denn jetzt sind wir. Die nennt sich Superman. Einfach auf dem Bauch liegen, die Beine ausstrecken und die Hände und die Beine Luft geben. Die sind die Beine ausstrecken und die Beine ausstrecken. Gut Freunde, das war eine gute Rückenübung. Und jetzt wieder eine Beineübung. Denn da bewegen wir am meisten Masse. Das führt dazu, dass wir am meisten Kalorien verbrennen. Wieder Kniebeugen mit drei Pausen. Also drei, zwei, eins und hoch! Und wieder drei, zwei, eins und hoch! Ja, sehr gut! Wirklich nur aus der Ferse hochgehen. Gut, nächste Übung. Zehn Sekunden Sprinten. Auf der Stelle, so schnell ihr könnt, Sprinten und dann wieder zehn Sekunden Pause. Und dann noch ein Zehn Sekunden Sprint. Und los geht's! Zehn Sekunden Sprinten in der Ferse hoch payoff! Jetzt war das sehr gut, die nächste Übung, wieder eine Übung für die Bauchmuskulatur und für den Rumpf genauso, also für die Körperspannung, wieder in die Plankposition gehen und jetzt mit der Nase zurückfahren und mit dem Arsch hoch. Ja, sehr gut Freunde und jetzt noch ein normaler Plank, ihr könnt gerne einfach am Boden bleiben in der Position und jetzt wieder ein normaler Plank, also los geht's. Bis zum nächsten Mal. Bei den Jugo-Freunden trainieren wir natürlich auch die Schulterpartie, ganz wichtig, da ist alles dabei heute. Jetzt normale Situps für die oberen Bauchmuskulatur. Los geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Und jetzt viel Spaß beim Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. 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 Euer Sascha. Ciao, ciao. Du bist in der Endcard drinnen. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus. Click it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation? Dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.